Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Templar 2 für den PC. Im Let... Boah, pfff... Ja... Im letzten Part haben wir uns hier weiter umgeschaut. Und das hat mich gerade irgendwie so brachlos gemacht, was da gerade passiert ist. Ich soll wahrscheinlich jetzt hier hoch, aber ich gehe hier jetzt nicht hoch. Ich schaue nämlich jetzt nochmal, ob jetzt vielleicht da hinten was passiert ist. Oder vielleicht muss ich da sogar hin. Who knows, who knows, who knows, who knows, who knows, who muss, who muss, who muss. Äh, scheiß, verwickelt der Gang. Nein. Also, noch nicht. Hier muss ich auf jeden Fall noch nicht hin. Und falls doch, habe ich keinen Plan, was ich hier tun muss. So, jetzt bin ich natürlich ganz geskillt wieder runtergeflogen. Kommen wir aber ganz schnell wieder hoch. Und jetzt will ich hier irgendwo hin. Wahrscheinlich will ich an dieser Seite hoch. Äh, mh. Wahrscheinlich will ich an dieser Seite... Zu schade, dass ich nichts sehe. Nichts sehe. Mann. Diese Ka- Me- Ra. Oder diese dreckigen Dinger hier in Front of the Camera. Okay, irgendwas muss ich hier tun. Irgendwas ist gut. Vielleicht muss ich allerdings auch einfach wieder hier hoch. Und vielleicht ist hier ja irgendwas jetzt passiert. Wo ich mir weiterhelfen kann. Schauen wir mal. Denn wir haben ja immer noch die Öffnung da oben. Aha. Ach, die Klappe hier ist aufgegangen, damit das alles hier runterrutscht. Damit ich jetzt hier lang da hinten hoch kann. Interessant. Das ist interessant. Ich verstehe das. Jetzt auch. Ich bin jetzt gerade hier hochgegangen. So eine Leiter daneben, weil ich mich vertarnt habe. Aber hier geht's auch lang. Was ist denn hier? Ist hier auch irgendwas? Oder ist das auch einfach nur so da? Ich verliere den Überblick. Und ich verliere die Geduld. Wegen der Kant-Steuerung, meine ich. Rutsche ich hier? Das sieht sehr rutschig aus. Nö, ich rutsche hier nicht. Geht's hier vielleicht zu dem grünen Secret? Und jetzt will ich aber endlich mal wieder speichern. Jetzt ist die Frage, geht's hier gerade richtig lang? Oder geht's hier zu dem grünen Secret? Oder geht's hier zu was ganz anderem? Ich weiß es ja nicht. Wasser. Ich hab' Wasser gehört. Und ich hab' keinen Plan, was das grad gebracht haben könnte. Aber egal, ich geh' jetzt mal hier rüber. Und probier' das jetzt nochmal. Jedenfalls war da jetzt grad irgendein Hebel, der irgendwas mit Wasser gemacht hat. Also, es hat sich angehört, wie Wasser. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich Wasser war, aber ich... ... bin einfach mal so... ... und vermute mal, dass es Wasser war. Weil es sich nach Wasser angehört hat, wisst ihr? Manchmal, das ist manchmal nach dem Springen so, da drück' ich die Vorder-Taste, also Vorwärts-Taste nicht mehr und sie redet trotzdem noch weiter. Das ist mir ein Rätsel, warum das so ist. Aber es ist so. Kommt schon, Leute, so unfähig bin ich doch nur auch nicht. Ich will doch einfach nur da rüber. Worausgesetzt, ich kann da überhaupt stehen. Aber ich rutsche natürlich. Okay, wo muss ich dann lang? Da hinten. Das sieht gut aus. Ist allerdings auch viel zu tief hier, ne? Also viel zu hoch, meine ich. Auf jeden Fall. Seiden. Ich mach's so. Vielleicht funktioniert das. Bäh. Ich wage es auch hier ein bisschen zu bezweifeln. Ja, funktioniert nicht. Hm. Dann muss ich von der anderen Seite ran. Vielleicht muss ich es probieren. Das sieht auch sehr rutschig aus hier. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Sehr schön. Das ist der Ort, das ist der Ort, wo ich vorhin war. Und da ist Wasser reingelassen worden. Und jetzt habe ich mit dem Hebel hier, habe ich jetzt also eine Tür geöffnet. Da wurde also Wasser reingelassen. Also dort hinten in diese Richtung. Aha. Sinn. Der Sinn kommt zurück. Und das Verständnis mit ihm. Darf ich hier bitte hoch? Ach Lara, du kannst mir mal die Eier lutschen. Nein, kannst du nicht. Das würde ich dir niemals erlauben. Rrrr. Viel zu alt für mich. Kannst du nicht meine Eier lutschen? Äh, nicht seitwärts springen, Lara. Nicht seitwärts springen, wenn ich die Vorwärtstaste drücke, Lara. Bitte. Danke. Ich schweige es nochmal ab. Also war das ja auch kein optionaler Weg zum grünen Secret oder zum Jade-Drachen. Sondern. Ja. Sondern auch nur. Cut. So. Ich höre was, was mir nicht gefällt. Deshalb hole ich sie schon mal raus. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich die gerade schon ausgerüstet habe. Aber ich höre was, was mir nicht gefällt. Stürbt er auf dem... Ja, jetzt. Warte mal. Stirb! Ah! Gottes Willen! Meine arme Munition hat bestimmt nur noch 5 Schuss oder so. Ja, 5 Schuss. Genau, 5 Schuss. Boah! Welche Munitionsverschwinder gehen mir auch auf den Sack? So, dann hoffe ich mal, dass ich hier bei Zeiten mal wieder Munition für die Harpune finde. Oder wie sie heißen. Pfeile! Ach, ne. Och, ne. Ich hab Lust auf das M16. Nein, das sollst du nicht tun. Ich werde angeschossen. Danke, dass ich noch rauskommen durfte. Wenigstens. Am besten rüste ich das direkt jetzt aus. Runter! 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 Danke. Gott! Sie hört einfach heute nicht auf mich. Wenn ich vorwärts drücke, springt sie seitwärts. Wenn ich aufhöre, irgendwas zu drücken, läuft sie vorwärts. Echt enttäuschend, Laura. Was geht? Zur Hölle! Was? Zur Hölle! Was? Wie fair war das denn schon wieder? Ich würde sagen, gar nicht fair. Danke. Diesmal wirklich danke. Das ist schon wieder ein Hebel. Und ein großes Medipack. Was macht der? Öffnet der vielleicht die Tür neben mir? Hm. Hm. Oh! Woh! Ich will sich die Arnidrache nehmen! Wo ist meine Arnidrache? ARD Text im Auftrag von Funk